Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Carsten und heute möchte ich dir die Open Source Software BigBlueButton vorstellen, die du gratis für Online-Videokonferenzen oder Schulungen benutzen kannst. BigBlueButton.org ist die Website, auf der die grundlegenden Infos dazu zu finden sind. Das ist eine englischsprachige Seite. Du findest oben rechts ein Try-Now-Button und wenn du da drauf gehst, wirst du zu einer Seite geleitet, auf der du dich registrieren kannst. Hier gibt es direkt eine Einschränkung, die, wie ich finde, eine sehr große Einschränkung ist, weil hier eben gesagt wird, dass die Höchstdauer einer BigBlueButton-Videokonferenz 60 Minuten betrifft und das ist doch für, denke ich, viele Anwendungen deutlich zu kurz. Ich habe am Wochenende von einer Kollegin gehört, dass es einen österreichischen Anbieter gibt, faircom.eu, faircom mit K, und dass dieser Anbieter eben auch einen Server bereitstellt, gratis, auf dem wir uns BigBlueButton-Konferenz eben anlegen können und das zeige ich dir einfach, wie das geht. Also, faircom.eu, gehst auf Produkte, Fair Teaching und kommst auf diese Seite, auf der im Prinzip BigBlueButton nochmal erklärt wird und wo es so einen blauen Button gibt, auf den du klicken kannst, um dann eben ein Account auf dem Faircom-Server anzulegen. Ich gehe einfach mal drauf auf den Button, beziehungsweise, ich habe das im Vorfeld schon gemacht, ich habe mir ein zweites Fenster hier angelegt und so sieht die Anmelde, beziehungsweise die Registrieren-Maske aus. Ich hatte mir im Vorfeld zwei Accounts angelegt, wähle den einen davon aus und dann komme ich auf diese Seite. Es gibt im Prinzip drei Bereiche innerhalb oder auf diesem Fair Teaching. Net-Server, das ist die Startseite, das sind alle Aufzeichnungen und das ist dein Account. Deine Seite wird beim ersten Aufrufen ganz ähnlich aussehen wie dieses hier, bis auf diese Seite, die lösche ich mal gerade. So, interessanter ist dann dieser eigentliche Bereich. Also, es gibt hier unten, ich fange mal unten an, in diesem grau hinterlegten Bereich, gibt es bisher einen angelegten Raum, der ist immer voreingestellt. Also, in dem Moment, wo du dir diesen Account anlegst, wird auch dir ein erster Konferenzraum angelegt, der sogenannte Startraum. Und wenn ich hier einfach auf diesen Button hier gehe und nenne diesen zweiten Raum einfach mal Test und bestätige das, dann ändert sich eben hier oben auch dann einfach der Name zu dem dazugehörigen Button eben, der hier unten dann eben angeklickt ist. Also, du kannst hier beliebig viele Räume erstellen. Die Idee dahinter ist einfach, dass du verschiedene Räume verschieden einstellen kannst. Ich gehe mal hier auf diese drei Punkte und gucke mir diese Raumeinstellung an. Das sind diese vier Optionen deaktiviert. Jetzt gehe ich wieder raus und bei dem ersten Raum klicke ich auch diese drei Punkte an, gehe auf Raumeinstellung und da habe ich das eben anders eingestellt, nämlich die beiden ersten Optionen habe ich aktiviert und das würde ich dir auch empfehlen, das zu tun. Ich gehe mal im Schnelldurchgang diese Optionen durch, kann hier den voreingestellten Konferenznamen ändern. Ich kann ein Passwort generieren lassen und dann kommt hier diese Option, die hier eben aktiv ist. Neue Teilnehmer werden stumm geschaltet, auch wenn sie eben das Mikro zugelassen haben, also den Zugriff auf das Mikro zugelassen haben, ist das Mikro aus, wenn sie die Konferenz betreten. Finde ich, ist eine Option, die eigentlich immer an sein sollte. Damit ich selber die Entscheidung über das Mikro habe, finde ich, ist relativ wichtig, dass das hier an ist. Die zweite Option habe ich hier in diesem Startraum auch aktiviert, nämlich die Gäste können erst den Raum betreten, nachdem der Moderator in diesem Raum ist. Das, denke ich, macht für viele Situationen Sinn. Und dann kommen zwei Optionen, die ich deaktiviert habe, nämlich jeder Teilnehmer kann das Meeting starten, ist ausgeschaltet. Das heißt für mich gleich, dass ich den Raum händisch starten muss. Das ist also anders als bei Zoom, wo ich einen genauen Tag, eine genaue Zeit, einen Zeitrahmen definieren kann. Das geht bei BigBlueButton nicht. Aber ich denke, das ist ein Feature, was ich völlig in Ordnung finde hier für eine Gratislösung, die uns eben angeboten wird. Aber wie gesagt, das hier würde ich eigentlich so, wie es ist, deaktiviert lassen. Genauso wie, dass die Nutzer nicht als Moderator teilnehmen sollen, sondern als Gast. Das ist eben ein riesiger Vorteil gegenüber einer Lösung wie Jitsi, dass ich eben den Benutzern und Benutzerinnen unterschiedliche Rechte zuweisen kann. Und das kann ich hier schon eben pro Raum machen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Also ich lasse es einfach mal bei diesen Optionen und gehe jetzt aber nochmal zurück auf diesen ersten Raum, hier Startraum. Dann ändert sich hier auch der Name und natürlich ändert sich auch der Link. Also die Links sind hier individuell generierte URLs eben pro Raum. Von daher, wenn du mehrere Räume erstellt hast, musst du darauf achten, dass hier unten eben der richtige Raum aktiv ist. Und wenn du dann hier auf Kopieren gehst, wird eben der Link für den entsprechenden Raum, den du hier unten angewählt hast oder aktiviert hast, eben rauskopiert. Ich starte jetzt den Raum noch nicht, sondern wechsle hier zu Chromium und gebe hier diese URL ein, bestätige das, um dir einfach zu zeigen, wie das sozusagen die Einladeseite aussieht für einen Gast, der eben einfach diesen Link aufgerufen hat. Ich vergebe mir jetzt hier Namen, hatte das auch schon vorbereitet und gehe jetzt auf Teilnehmen und dann kommt einfach die Rückmeldung, dass diese Konferenz noch nicht begonnen hat. Das ändert sich natürlich, wenn ich jetzt hier den Startbutton betätige. Und hier wird jetzt gefragt, ob ich mit Mikro oder nur Zuhören aktiv haben will. Aber ich gehe auf jeden Fall auf Mikro. Dann wird hier abgefragt, wenn ich denn mehrere Mikros an meinem Rechner angeschlossen habe, was jetzt bei mir der Fall ist, wähle ich das gewünschte Mikro einfach aus. Ich gehe auf Erlauben und dann kommt hier eine Frage, die ich bestätige und bin dann in meinem BigBlueButton-Konferenzraum drin. Du siehst das hier rechts. Der Gast hat noch keinen Zugang zu meinem Raum und das ändere ich mal eben, indem ich hier auf die Teilnehmerverwaltung gehe. Ich weiß nicht, warum hier das zweimal steht, warum da hier zweimal angezeigt wird. Das ist hier jetzt ein paar Mal so gewesen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich bestätige es einfach zweimal. Und ich wechsle hier sozusagen zu dem Browser-Fenster, wo ich mich als Gast jetzt angemeldet habe und sage auch, ich möchte mit Mikro mich anmelden, um dir zu zeigen, was dann passiert hier beim Gast. Also selbe Abfrage, funktioniert das Mikro etc. Und was ich einfach zeigen will, ist dadurch, dass ich ja im Vorfeld meinem Raum gesagt habe, alle teilnehmenden Personen werden stumm geschaltet beim Betreten des Raumes, ist also jetzt sowohl beim Gast als auch bei mir als Moderator eben der Mikro-Button deaktiviert. Finde ich, ist eine wichtige Funktion. Dann gehe ich hier zurück zu meinem Browser und im Tab, wo ich als Moderator angemeldet bin und möchte dich auf zwei Sachen aufmerksam machen, die du unter diesem Zahnrad findest. Also du siehst, das Zahnrad habe ich nur, wenn ich als Moderator angemeldet bin. Das haben die Gäste nicht. Ich gehe da mal drauf und habe hierüber jetzt Zugriff auf interessante Funktionen. Also ich kann jetzt eben sagen, ich hebe die Stummschaltung für die gesamte Konferenz auf. Oder dass hier der dritte, der vierte Eintrag hier Zuschauerrechte erstellen, ist extrem wichtig. Und der nächste, Breakout-Räume und die beiden zeige ich dir jetzt nochmal im Detail. Also Zuschauerrechte einstellen. Da habe ich eben die Möglichkeit zu sagen, ich möchte, dass überhaupt keine Webcams zugelassen sind. Oder ich kann sagen, die sind zugelassen, aber nur ich sehe die Webcams. Kann aus Datenschutzgründen vielleicht mal von Interesse sein. Ich kann hier auch definieren, dass alle Mikros ausgeschaltet werden. Das mache ich einfach mal an, bestätige das und jetzt wird gleich, wenn ich das eben hier mit Anwenden bestätige, ist hier der entsprechende Button bei dem Gast eben verschwunden. Der Gast hat ab jetzt nicht mehr die Möglichkeit, das Mikro anzumachen. Denke ich, ist eine ganz, ganz wichtige Funktion, die mir als Kursleiter oder als Vortragender einfach Sicherheit gibt, dass jetzt keine störenden Geräusche übertragen werden oder dass auch keine Zwischenmeldungen irgendwie kommen. Das kann ja mal gewünscht sein. Und wenn ich das rückgängig machen will, also ich bin fertig mit meinem Vortrag, dann gehe ich hier kurz wieder auf Zuschauerrechte und mache diese Option, also den nehme ich eben wieder zurück. Also finde ich, ist eine sehr, sehr spannende Funktion, verbergen sich hier unter Zuschauerrechte einstellen. Und das nächste sind diese Breakout-Räume, mit denen ich einfach, bin ich jetzt draufgegangen, mit denen ich eben Unterräume einstellen kann. Ich kann hier sagen, wie viele Räume ich haben möchte. Ich kann hier die Zeit definieren. Ich gehe mal auf drei Minuten und jetzt kann ich durch Drag & Drop hier die Teilnehmer eben den Räumen zuweisen. Ich könnte das auch zufällig machen. Ich könnte auch den Teilnehmenden das zugestehen, dass die sich Räumen zuweisen. Aber ich habe es jetzt mit Drag & Drop gemacht. Ich gehe auf Erstellen und jetzt werden in beiden Browsern neue Tabs erstellt. Hier rechts ist es jetzt schon passiert. Hier links hätte es eigentlich auch sein sollen. Ich weiß jetzt nicht, warum das nicht der Fall ist. Gucke ich mir gleich nochmal an. Da bestätige ich wieder nur den Kopfhörer-Modus. Und hier gucke ich mir das nochmal an. Da hatte ich mich irgendwie nicht zugewiesen. Ich gehe auf Raum beitreten. Und er braucht hier irgendwie, hat sich da gerade irgendwie vertan. So, jetzt hat nämlich BigBlueButton uns für jeden Raum hier oben einen neuen Tab erstellt. Also hier links in meinem Moderator-Browser-Fenster ist der Raum 1 zu sehen. Und im Gast-Browser-Tab ist hier die Nummer 2 zu sehen. Ebenso wie ich die Leute sozusagen eben zugewiesen habe. Das ist, finde ich, wichtig so für die Organisation und Übersicht. Also im Hintergrund, im ersten Tab, ist immer noch sozusagen der gesamte Konferenzraum quasi geöffnet. Und hier könnte ich jetzt eben auch, das mache ich jetzt gleich auch mal, als Moderator eben sagen, ich möchte jetzt auch in den Raum 2 mal mich, also da in den Raum 2 gehen. Und dann habe ich eben dementsprechend als Moderator diese beiden Räume hier oben als Tabs offen. Und als Teilnehmer, der ich ja hier als Gast im Raum 2 bin, sehe ich jetzt natürlich auch den Moderator, der jetzt sozusagen dazugekommen ist. Hier oben läuft einfach die Zeit ab. Ich habe noch eine gute Minute. Ich könnte jetzt hier, ich könnte chatten, ich könnte an geteilten Notizen arbeiten. Vielleicht ein interessanter Hinweis, Chat und geteilte Notizen gelten immer nur für den Raum, in dem die verfasst werden. Also in diesem Fall hier wäre das jetzt ein Chat im Raum 2 oder ich kann im Raum 1 chatten oder eben im gesamten Raum. Jetzt geht hier gleich, also die Zeit läuft jetzt eben ab für die Breakout-Räume. Und ich kann als Moderator im Gesamtraum eben die Räume auch jederzeit für sich beenden. Finde ich jetzt auch nochmal ein interessantes Feature, wenn ich als Kursleiter eben sehe, die Zeit, die hatte ich zu großzügig eingeschätzt für eine Gruppenarbeit, für eine kleine Gruppendiskussion etc. Dann kann ich eben hier im Gesamtraum die Breakout-Räume auch komplett wieder schließen. Das war es im Prinzip zu diesen sehr wichtigen Features der Zuschauerrechte und der Breakout-Räume. Die gehen jetzt zu. Das gucken wir uns noch gerade an. Und jetzt gehen hier eben auch automatisch die beiden Tabs zu, beziehungsweise der eine Tab. Und jetzt wird hier wieder gefragt, wie möchtest du als Gast denn dem Gesamtraum wieder zu, dem Beitreten sozusagen, dem Konferenzraum. Ich habe das jetzt immer nur mit dem Kopfhörerzeichen gemacht. Also ich kann hören, aber nicht das Mikro benutzen. Und jetzt gucken wir uns noch eben die Optionen an, die uns BigBlueButton noch bietet. Und dafür gehe ich diese vier Buttons hier unten einfach mal durch. Also wir haben hier einen Aktionen-Button, der uns Zugriff erlaubt, eine Umfrage zu starten, eine eigene Präsentation oder Office-Dokumente hochzuladen oder ein YouTube-Video zu, also hier rein zu kopieren. Also die URL von einem YouTube-Video zum Beispiel, von einem Vimeo-Video etc. Das steht ja hier alles. Hier rein kopieren, neues Video teilen. Ja, dann wird das eben für alle sichtbar gemacht. Ich kann die Webcam aktivieren. Ich mache es gerade mal, damit ihr das auch seht. Hier wird wieder abgefragt, welche Kamera ich starten möchte. Ich habe jetzt hier sowieso nur eine dran. Ich klicke mich hier durch mit den Bestätigungen. Und dann dauert das einen Moment. Und dann wird hier meine Video-Übertragung eben gezeigt, sowohl im Moderator als natürlich auch beim Gast. Das beende ich wieder. Und dann habe ich noch die Auswahl oder die Option, hier Bildschirm zu teilen. Und da gibt es dann hier so ein Pull-Down-Menü, bei dem ich dann eben auswählen kann, welcher Browser-Tab oder Fenster das sein soll. Ich habe Zugriff auf andere Programme, die jetzt hier im Hintergrund bei mir laufen. Ich kann auch den gesamten Bildschirm freigeben. Ich gehe mal auf das hier. Genau, das ist der Tab, der hier im Hintergrund liegt. Den könnte ich jetzt freigeben. Und dann wird mir das hier eben als Button angeboten. Da gehe ich aber wieder raus. Also das sind so die Möglichkeiten, die uns BigBlueButton bietet. Ich finde, das ist allerhand. Und dabei bin ich jetzt noch gar nicht auf diese Optionen hier eingegangen, die auch noch recht umfangreich sind. Ich kann nämlich hier in Dokumenten zeichnen. Ich kann hier einen Mehrbenutzermodus starten, etc. Das ist also wirklich sehr viel, was uns hier für kostenfrei einfach angeboten wird. Also finde ich, ist ein richtig, richtig spannendes Tool. Ich freue mich sehr, wenn ihr das Video auf YouTube liket, wenn ihr vielleicht auch den Kanal abonniert. Und ihr könnt gerne Kommentare auf YouTube oder an meiner Seite geißler-design unter den Blogbeitrag schreiben. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, versuche ich euch gerne weiterzuhelfen. Ansonsten wünsche ich euch frohes Schaffen, bleibt gesund. Viele Grüße aus Köln. Bis dahin. Ciao.